Modeatelier Rosen Träume einer neuen Zeit Von Marie Lambal Es liest Chris Nonnast März 1834 Der Frühling ließ auf sich warten. Gestern hatte es in Kassel geschneit, in der Nacht sorgte der Frost für glatte Straßen und das Wasser der städtischen Brunnen bedeckte sich mit einer dünnen Eisschicht. Im Atelier Rosen hatte sich Charlotte nach einigem Zögern entschlossen, den Ofen anzuheizen. Das Holz war teuer, aber mit klammen Fingern konnten die Frauen nicht nähen und die Kundinnen waren auch kauffreudiger, wenn es angenehm warm im Atelier war. »Ich verstehe das nicht«, regte sich die Chefin des Ateliers auf. »Seit einigen Wochen hat unser Holzstapel die Schwindsucht. Man könnte meinen, die Scheite flögen durch die Luft davon. Mir scheint eher, sie hätten Beine bekommen und liefen einer nach dem anderen hinüber in den Weinladen«, versetzte Barbette und rückte sich das Talglicht näher. »Was willst du damit sagen?«, forschte Charlotte. Sie wusste, dass ihre langjährige Näherin Barbette immer für einen bösen Spruch gut war. Allerdings hatten Barbettes Aussprüche meist einen wahren Kern. »Oh, nichts«, meinte Barbette in harmlosem Ton, »nur, dass drüben in Liebermanns Weingeschäft den ganzen Tag über der Ofen geheizt wird.« Elise, die Tochter von Charlotte Rosen, hatte sich eine der rüschenbesetzten Hauben vorgenommen, um noch einige Stoffblüten daran zu nähen, die momentan groß in Mode waren. Jetzt beugte sie sich vor, um aus dem Fenster zu schauen, aber im Weingeschäft, das schräg gegenüber neben der Werkstatt von Schneidermeister Holzapfel lag, war noch kein Licht zu entdecken. Vor drei Wochen hatte ihr Ziehbruder Moritz seinen langen, gehegten Traum wahrgemacht und ein Geschäft gemietet, in dem er Weine und Liköre verkaufte. Das Geld dazu hatte er sich von Elises adeliger Freundin Sibylla von Heinau geliehen. »Soweit ich weiß, hat Moritz eigenes Holz gekauft«, sagte Elise zu ihrer Mutter. »Er lebt momentan auf großem Fuß und hat es gewiss nicht nötig, unser Holz zu stehlen.« Charlotte sagte nichts dazu, aber Barbette zuckte die Schultern und meinte, dass man bei dem lieben Moritz immer auf eine Überraschung gefasst sein müsse, womit sie nicht Unrecht hatte. Großmutter Anna öffnete die Küchentür und schaute aufgebracht ins Atelier. »Schon wieder«, rief sie. »Das Stückchen Speck ist fort und die Falle ist leer. Aber den Schinken haben sie angeknabbert und ein Loch in den Mehlsack genagt. So eine gerissene Mäusebrot hatten wir noch nie. Die Haare werden sie uns vom Kopf fressen.« »Bitte, Mutter«, sagte Charlotte mit gedämpfter Stimme, »schrei nicht von Mäusen und angenagten Mehlsäcken durch das Atelier. Was macht das denn für einen Eindruck, wenn Kundschaft kommt?« »Wir brauchen eine Katze«, stellte Elise fest. »Das Mädchen hat recht«, sagte die Großmutter. »Drüben, die Krämerin, hat junge Katzen zu vergeben. Vier Stück hat die graue Tigerte in ihrem Kleiderschrank geboren.« »Wie niedlich«, rief Elise begeistert. »Ein getigertes Kätzchen wäre genau richtig für uns.« »Eine Katze kommt mir nicht ins Haus«, sagte Charlotte mit Entschiedenheit. »Dann kannst du dich heute Nacht höchstpersönlich in die Vorratskammer setzen und das diebische Gesindel einfangen«, schimpfte Großmutter Anna und schlug die Küchentür wieder zu. Inzwischen war es draußen hell geworden, sodass man die stinkenden Talglichter löschen konnte. Elise stand auf, um die Tür für eine kurze Weile zu öffnen, damit frische Luft in den Laden zog. »Wo bleibt nur Therese?«, hörte sie die unwillige Stimme der Mutter im Atelier. »Es geht auf zehn Uhr. Der Vormittag ist fast vorüber.« Therese war als Näherin im Atelier Rosen angestellt, aber da ihr heißgeliebter einziger Sohn Moritz nun ein Weingeschäft eröffnet hatte, ging sie häufig zu ihm hinüber, um dort auszuhelfen. »Wo wird sie sein?«, sagte Babette hämisch. »Im Keller des Weingeschäfts sitzt sie und klebt Etiketten auf die Flaschen. Weil ihr lieber Moritz keine Lust zu solch eintönigen Arbeiten hat.« »So geht das nicht weiter,« schimpfte Charlotte aufgebracht. »Ich bezahle meine Nähere nicht dafür, dass sie drüben im Weingeschäft arbeitet. Thereses Affenliebe zu ihrem Söhnchen muss einmal ein Ende.« »Leise, Mutter«, sagte Elise, die rasch in den Laden getreten war. »Drüben an der Sonnenapotheke steht die Hofrätin von Ox mit ihrem Mädchen. Gewiss werden sie gleich ins Atelier kommen.« »Die Hofrätin?«, rief Charlotte erschrocken. »Hat Therese die Haube fertig genäht?« »Wann hätte sie das wohl tun sollen?«, bemerkte Babette, »wo sie gestern stundenlang Flaschen geschrubbt hat.« Charlotte kam nicht mehr dazu, ihrem Zorn Luft zu machen, denn schon war die Hofrätin durch das Fenster zu sehen und man musste sie mit freundlichem Gesichte empfangen. Kurz nachdem die Hofrätin, echauffiert, weil ihre Haube noch nicht fertig gewesen war, wiedergegangen war, kam Therese atemlos ins Atelier. »Hab ich doch die Zeit vergessen«, seufzte sie. »Dreißig Flaschen Burgunderwein etikettieren, das war harte Arbeit, weil der Kleister unten im feuchten Keller so gar nicht kleben will.« Im Atelier überschüttete Charlotte ihre Näherin mit zornigen Vorwürfen. »So geht es nicht weiter, Therese. Niemand kann zwei Herren dienen. Wenn du deine Anstellung bei mir behalten willst, dann will ich dich hier im Atelier an der Arbeit sehen.« Zerknirscht schlicht Therese auf ihren Platz am Fenster, machte sich mit der Sticknadel über eine Scherpe her und ihre Miene, die ohnehin stets grämlich war, wurde noch um einige Nuancen trauriger. »Recht hat sie«, meinte Babette, nachdem Charlotte ihre Predigt beendet hatte und hinüber in die Küche gegangen war. »Fall du auch noch über mich her«, jammerte Therese. »Weil ich es nicht mit ansehen mag, wie du dich von dem Faulpelz ausnutzen lässt.« »Mein Moritz ist kein Faulpelz, Babette«, regte sich Therese auf und wühlte in dem Kästchen, in dem sie das Stickgarn aufbewahrten. »Mein Moritz ist vom frühen Morgen bis zum späten Abend auf den Füßen.« »Hast du das brauche ich selbst, Therese«, gab Elise zurück. »Außerdem sollst du unbedingt die Haube der Hofrätin fertigstellen. Du weißt, sie war vorhin hier und hat danach gefragt.« »Aber dazu benötige ich hellblaues Seidenband«, jammerte Therese, »und davon ist kaum noch etwas da.« Tatsächlich hatte Elise fast die ganze Rolle zu Schleifen und kleinen Röschen genäht. »Da werde ich zum Krämer gehen müssen«, meinte sie und legte ihre Arbeit beiseite. »Die Spitzenborden gehen auch zur Neige.« Die Mutter hatte indessen den Mäuseschaden in der Vorratskammer begutachtet, was ihre Laune nicht verbessert hatte. Sie tat einen ärgerlichen Seufzer, als Elise sie um Geld für den Einkauf bat und schimpfte über die neue Mode. »Früher haben wir höchstens drei Schleifchen auf die Haube genäht und vielleicht noch einen kleinen Spitzenvolant. Heutzutage sehen die Hauben aus, als hätte jemand einen Korb voller Rüschen und Schleifen darüber ausgeschüttet. Und je hässlicher die Trägerin ist, desto üppiger muss die Haube sein.« Ich könnte bei dieser Gelegenheit Sibylla einen kurzen Besuch abstatten, Mutter. Sie wollte einen Spitzenkragen für das blaue Kleid und dazu eine passende Haube. Die Aussicht auf einen neuen Auftrag versöhnte Charlotte auf der Stelle. Sibylla von Heinau war eine gute Kundin und vor allem zahlte sie prompt. Was man leider nicht von allen Kundinnen des Ateliers Rosen sagen konnte. »Na schön, aber halte dich nicht zu lange bei ihr auf. Wir brauchen die Bänder und das Garn dringend.« »Das weiß ich, Mutter.« Elise setzte einen Hut auf und nahm ein warmes Tuch um die Schultern, griff einen Korb und lief auf die Marktgasse hinaus. Sie war nicht böse darüber, einen Gang durch die Stadt unternehmen zu können, statt im Atelier über einer langweiligen Näherei zu sitzen. Beim Krämerweiß ging sie vorüber. Die Bänder, die es dort zu kaufen gab, waren uralt und hatten schon die Farbe verloren, die sollte sich die Krämerin selber an die Haube nähen. Aber gleich bei der Martinskirche lag der Krämerladen von Frau Hartwig, die führte eine hervorragende Auswahl an Bändern und Spitzen, die allerdings ihren Preis hatten. Elise kaufte drei Rollen Seidenband in Blau, Grün und Gelb, dazu passendes Stickgarn, Seidenfäden und mehrere Ellen einer wunderhübschen Spitzenborte, die die Krämerin erst in der vergangenen Woche auf der Messe erworben hatte. Mit gefülltem Korb und erleichterter Geldbörse trat Elise wieder auf die Gasse und beschloss, auf dem Weg zu Sibylla bei der Poststation auf dem Königsplatz vorbeizugehen und nachzufragen, ob vielleicht ein Brief für sie angekommen sei. Der junge Postbeamte hatte glattes, fettiges Haar und einen roten Pickel auf der Stirn. Ach, die hübsche Mamsell Rosen, sagte er mit anzüglichem Lächeln. Der Brief aus Frankfurt liegt schon zwei Tage für sie bereit. Die Putzmacherin Elise Rosen aus der Marktgasse war in Kassel keine Unbekannte. Vor nicht allzu langer Zeit war sie vom Kurfürsten unter der Anschuldigung der Hurerei aus der Stadt verbannt worden, zu Unrecht, wie sich Spette herausgestellt hatte. Aber die Sache gab immer noch Anlass zu Gerede und so mancher Kasselaner dachte insgeheim, die hübsche Putzmacherin sei leicht zu haben. Elise war sich darüber im Klaren, dass sie vorsichtig sein musste. Sie bedankte sich höflich, legte den Brief in den Korb und ging mit kurzem Abschiedsgruß davon. Untertitelung des ZDF, 2020